Am 24.03. fand in Limburg die Gruppenziehung der Königsklasse der Millennium-Serie statt. Sechs der 16 Teams aus der CPL waren anwesend und verfolgten aufmerksam die von Ulrich Steher durchgeführte Ziehung der Gruppen für den vom 12. bis 14. April stattfindenden Mediterranen Cup. Art Chaos Moskau wurde als Anführer der Gruppe A Frankfurt Syndicate, Paris Camp, Carnage und das zweite russische Team der CPL, die Polar Bears, zugelost. In Gruppe B haben Empire LA & Famous den Spot von Dynasty übernommen und treffen auf Maasai Icon, die Kopenhagen Ducks und Birmingham Destruction. Besonders hart umkämpft wird das Weiterkommen in Gruppe C. Toulouse Tontons treffen neben Breakout Spa gleich auf zwei PSP-Teams der Extraklasse. GI Houston Heat und Edmonton Impact werden die Vorrundenspiele in dieser Gruppe zu einem echten Augenschmaus machen. Ramstein Instinct bekommt es in Gruppe D mit Entrange Valence, London Nexus und Vision Marseille zu tun. Über den Ausgang dieser Gruppenziehung scheinen sich die Jungs anscheinend sichtlich zu freuen. Wir vom Paintball Channel wünschen allen deutschen Teams eine gute Vorrunde und würden uns freuen, euch im Finale aufeinandertreffen zu sehen.